Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie über die Oster einen Ausflug ins Grüne geplant haben, können wir zwar das Wetter nicht beeinflussen, aber wenigstens dafür sorgen, dass die Fotos gut rauskommen. Noch während rundherum alles schläft, treffen die Bestellungen aus den GoB-Lädern beim GoB-Fotoservice ein. Nach dem Vorsortieren gibt es eine erste Kontrolle, wo man eventuelle Schäden an den Filmen sofort feststellen und beheben kann. Dann werden die Filme auf einer modernen Hochleistungsanlage und nach dem neuesten Stand der Technik umweltschonend entwickelt, beleuchtet und kopiert. Aber nicht alles wird der Technik überlassen. Jedes Bild wird vor dem Verpacken gründlich unter die Lupe genommen, fehlerhafte Bilder markiert und mit einem entsprechenden Hinweis ausgestattet, bevor sie verpackt, fakturiert und noch am gleichen Tag zurück an die GoB-Läder spediert werden. Eine Standardkopie offerieren wir Ihnen jetzt übrigens für 35 Rappen. Herzhaft auf den Auslöser drücken lohnt sich also. Neben den Normalkopien können Sie bei uns auch Vergrösserungen oder Poster machen lassen. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und zwar nicht immer nur wegen dem günstigen Preis. Hoffen wir aber, dass die Toasteren diesmal nicht ins Wasser fällt und wir ein paar Frühlingsdäne geniessen können. Um das Geniessen geht es auch in unserem nächsten Bericht. Der Jubilor Kaffee, eine GoB-Exklusivität, gibt es seit einiger Zeit in drei verschiedenen Mischungen. Alles erstklassige Hochlandsorten in Spitzenqualität. Gemischt und geröstet für Ihren persönlichen Geschmack. Der Jubilor El Cielo, sanft, aber trotzdem voll im Aroma. Ein feiner Kaffee. Der Jubilor El Sol, kräftig und voller Temperament. Ideal für die Espressomaschine. Der Jubilor Classico. Klassisch und ausgewogen. So wie man ihn schon lange kennt. Wenn ich mir einen Tipp erlauben darf, machen Sie es doch wie viele andere von unseren Zuschauern. Probieren Sie jeden Jubilor einmal aus und finden Sie den Kaffee heraus, der Ihrem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Jetzt wäre die Gelegenheit übrigens günstig, weil alle GoB-Kaffees zum Aktionspreis erhältlich sind. Am Sonntag ist ja Ostern. Was Sie dann einmal zum Beispiel auftischen könnten, zeigen Ihnen jetzt meine Kollegin aus dem Kochstudio. Knackiges Gemüse und neue Herdäpfel passen gut in unsere Reihe frische Küche. Dazu gibt es Kalbskotelette an Galvados-Sauce. Das Gemüse rüsten und schneiden. Und diesen Trübeln der Wirts und der Lauch mit den Zwiebeln im Öl kurz addämpfen. Ein Zweigli Basilikum und Peterli mitdämpfen, mit Bouillon ablöschen und zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln lassen. Die Herdäpfel gut waschen. Dann die Bratbutter in der Pfanne erhitzen und die Herdäpfel 20 Minuten drin garen, wobei man sie ab und zu schütteln sollte. Gesalzen werden Sie aber erst in Form servieren. Das Fleisch würzen und im Mehl wenden. Dann in der heissen Bratbutter auf jeder Seite 5-7 Minuten braten, rausnehmen, anrichten und warmstellen. Für die Soße der Form mit Galvados und Wasser aufkochen. Ein Ei mit einem Esslöffel Zitronensaft schaumig rühren. Flüssigen Anken langsam beinfügen und solange weiterrühren, bis die Masse dicklich wird. Dann zusammen mit dem Galvados-Fond nochmal erhitzen. Über die Gotelette nappieren oder separat dazu servieren. Das Rezept für das feine Gericht können Sie diese Woche in der Coop-Zeitung nachschlagen. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Und Kompliment, da bin ich überzeugt. Werden Sie für das Rezept auch noch bekommen. Im Markenfenster können wir Ihnen diese Woche zwei Spots zeigen. Spots für Produkte, die Sie entweder schon kennen oder wenn nicht unbedingt kennenlernen müssen. Steaming and foaming and bubbling so fine Feels so smooth To deal slips of mine Tastes so good like you know it's sure The lip sensation I've traveled all over through the heat and the snow But I never met nothing that excited me more Espresso Mastro Lorenzo Jakobs Mastro Lorenzo Um ein Schäulchen frischer The Lip Sensation Konkü ist aus der französischen Kästradition und dem Sauvagefaire entstanden Er bietet nach einen wahren Genoss Konkü, ein Käse mit typischem Geschmack Zartem Herz Verführerisch cremig Konkü, ein grosser Käse ist geboren Mastro Lorenzo und Gran Kü Schauen Sie diese Produkte bei Ihrem nächsten Besuch in einem von unseren Läden doch gerade mal an Nicht verpassen dürfen Sie aber auch unsere Aktionen Hier ein paar Beispiele Den schönen Osterstrauss kommen Sie für nur 13,90 Euro Der bunt weisse Spargel aus Spanien gibt es für nur 7,50 Euro Der Beutel Zweifel Pommeschips Natur kostet nur 4,40 Euro Und zwei 36er Coop Film 100 offerieren wir Ihnen für 8,50 Euro Und hier noch der Preisabschlag Ein Liter Apfelsaft Naturrein oder Naturtrüb kostet von jetzt an nur 1,50 Euro Und im Coop Restaurant gibt es diese Woche etwas Exotisches Ein Chicken Fried Rice für nur 9,40 Euro Soviel für heute aus dem Coop Studio Nach den Osteren sehen Sie bei uns die neueste Sommermode aus der Naturalleinkollektion Mode, die nach ökologischen Kriterien angebaut und hergestellt worden ist Bis dann, auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017